Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria in the Dark. Wir sind heute... Hallo, hallo... Ich baue eine Fackel bei dir hin. Wir graben uns jetzt ein bisschen weiter. Jo. Martin. Ich habe ein ausversehrtes Herz gemacht, Martin. Es tut mir da hin. Martin ist wegen... Ich hab keinen Knie, ich hab eine Ziege. Mr. Ziege. Wir haben immer bald gefunden und ich glaube, das kann ich ausbauen. Martin, du bist so laut, ich hör dich aus dem Nebenzimmer. Wir können das Demo Knight abbauen, warte. Können wir abbauen? Demo Knight. Oder du hast Abfass LP, dann kannst du es zeigen. Ja genau, ich zeige jetzt wie wir Demo Knight abbauen. Achtung. Dann brauchen wir den Stein da weg. Achtung. 3 Demo Knight Ore. Was sind das hier Eisen? Ich hab 3 Stück. Das ist eine fette Ausbeute. Ich hab's nicht. Ne, wir haben Demo Knight Ore jetzt. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Der hat Waffe gewechselt, jetzt auch. Ich hab hier mal den Bogen. Ich hab da die ganzen Fackeln aufgesandert. Ne, ich hab die mal wieder. Ne. Ne, ich hab noch 26. Oh, ich bin nicht steinfest. Du bist nur da hochgekommen überhaupt. Server lag. Ja, und die Glitch mit der Hocke. Hey, wieviel die Clans habt ihr eigentlich? Tatsächlich. Wow, geil. Äh, ich hab glaub ich 13. Und ihr? Hab ich. Foto. Sei nicht traurig bitte. Sei nicht traurig bitte, okay? Foto. 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 zu sehr mobbing geht mir ähnlich geht mir ähnlich habe ich ich bin Chuck Norris ich brauche keine Fackel oh 40 Falscharten die reibt sich die macht meine Kopfhörer kaputt die ich vorhin eben erst bekomme das frage ich mich auch nicht was sie sich alles in den Mund schieben die kleine Katze ist seine Mutter will jemand Katzen adoptieren hat jemand Hunger der Hund der ist so spielsüchtig der kann sie der wird sie nicht umbringen weil ihm sonst zu langweilig ist ich hab grad irgendwo Schaden bekommen ich weiß nicht warum die blöden Fledermäuse sind überall wir müssen uns mal runtergraben ja graben nicht hier da ist Wasser ja ok links wir graben uns nach unten in Super Tech Team Modus wenn du meine Katze frisst einfach alles die ist meine Bettdecke und USB Stick fängt sie wieder an meine Bettdecke zu rissen warum hab ich keine Katze ist das Silber? ja ich hab auch wenn die nur USB Stick ist kann ich keine Folgen mehr hochladen doch du kannst du das Netzwerk an deinen PC schicken ja das dauert aber ewig ja das dauert aber ewig warte ich bin grad nicht Hilfe achso zack das doch bisschen falscher ich will die Truhe mal kriegst die immer alles gebietet was? was war drin? rechts bisschen ein paar Tränke sonst nichts ok stell doch Fackeln auf ich will die Statue und ich will die Statue alter diese dummen Fledermäuse diese dummen Katzen ich will die Statue abbauen Jellyfish Statue oh Sparagdee oder so oh ein Freund von mir namens Daniel ist online dass ich das IP jemals sehen sollte es tut mir leid Slime ich bin dir leid scheiße wirst dass meine Katze alles in den Mund nimmt ich hab deutlich nimmt sie scheiße in den Mund weißt wieviel Gold ich habe sie nimmt dich in den Mund das auch und deinen Namen haben wir ja schon festgestellt vor ein paar Folgen ja können wir wieder seinen Namen sagen muss ich ihn wieder rausschneiden das ist ein bisschen da machst du nur mir Arbeit glaube ich ich mach es ja nur dem Chuck Norris Arbeit ja genau aber es wird immer wieder lustig hier macht es ja keine Arbeit aber Chuck also von dem her ihn ärgert es da aber ihn ärgert es hier ist was unerforschtes von dem her könnte ich es machen und du hättest dadurch Arbeit ja aber ich würd's dir dann ich wär dann böse auf dich weil ich mach dann sowieso ich mach sowieso nichts ey hier unten geht's weiter ich schneid's nicht raus ich schneid's nicht raus sowieso die zwei Leute die sich den Scheiß ja angeben das ist wahrscheinlich mich und du also von dem her ja und sein zukünftiger Chef der auf Facebook nach ihm googelt genau und wie zum Himmel kommt dein Auge unter oh Motherslime 2 jetzt möchte ich den mal machen ich hab so einen Schwer irgendwie ausgesprungen alter das war das sah aus wie TNT aber der Martin ist nicht in der Nähe ja hast du da TNT gelegt? nein ich hab nichts gelegt was war das? das war blau das war gruselig das war gruselig machst du irgendein ne hier geht's dann weiter in der Höhle ja schau's dir mal an das ist doch auf einmal ja ja ich hab's auch gesungen ich hab's auch gesungen das war's du das war's du das war's du also ich war's echt nicht der Tank ist da ey der Gang ist doch der Typ der extrem angetischt der Typ der extrem angetischt über uns ist das da oh oh Alter was trifft mich hier deine Katze nein ernsthaft ich wurde gerade von irgendwas getroffen deine Katze schweiß die Scheiße graben wir uns hier weiter? ich hab keine Fakten mehr gell? äh ich schon noch oh ich hab dir das Herz genommen oh nein oh nein ich hab dir das Herz genommen ich hab keine Fakten mehr gell? boah das ist jetzt so nix ich hab vielleicht keinen Bock mehr willst du mich verarsten? Entschuldigung Martin wir werden ins nächste kriegst du versprochen ich ja äh am Ende da rechts in unserer alten Höhle sind wir gewesen und haben uns weiter runter gegraben weißt du wo wir den Stift gegraben haben? gehen wir mal schneller rechts aber ich hab grad nicht mehr so viel Leben so oh warte ich seh ich glaub bei mir leckt schon wieder das Ding ja logo könnten eigentlich hey ich hab noch eine Fakten schweiß ich wie lange die auflegt jetzt sind baust du es so ab? was ist? ne wärst du gar nichts ab ich baue ab hier unten ne dieses Wasser und ich mit nach unten bei dir auch nicht Alter ich hab kein Leben mehr bei einer Corrupt Gold oh ich hab kein Leben mehr stirb Junge ich hab vielleicht keinen Bock mehr bei mir leckt es gerade zu hart ey ich halte gar nicht fast kein Leben wieso? was passiert bei dir? ich hab kein Leben mehr ich hab noch 42 ich bin grad komplett gestorben ich hab noch 42 ich hab noch 42 ich hab noch 42 ich hab noch 42 ich bin grad komplett gestorben ja ich bin unten ok weil mir leckt es halt deswegen was wir jetzt graben wir mal bisschen zur Seite wenn wir Luft haben jetzt bin ich schon wieder tot ist da drüben irgendwas wir müssen das Wasser eigentlich hier so einen Seitengang bauen ey wir sollten die Folge mal wieder beenden fällt mir auf boah kannst du nach die Uhr schauen? äh ja ja ist genau eine Viertelstunde her gut dann sind wir uns später wieder im Sport weil wir jetzt erstmal ausmachen würde ich sagen ja denke ich auch ist jetzt zu viele Alter ich will doch gar nicht die Fackeln gut ziehen Alter fickt nicht fickt euch oh fickt euch alles nicht boah ich hab kein Bock mehr ok gut wir machen aus Servus